Du studierst Germanistik in Göttingen und willst ein Referat über einen mittelalterlichen Text halten? Oder du stehst vor deiner ersten Hausarbeit in der germanistischen Medievistik und weißt nicht, womit du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig. In anderen Videos haben wir von der Mittelalter-Germanistik dir schon das Verfasserlexikon vorgestellt und dir erklärt, wie du den Eintrag zu Hartmann von Aue findest. Aber wie kannst du vorgehen, wenn dich ein ganz bestimmter Text von Hartmann interessiert? Nehmen wir an, du möchtest etwas über den E-Wein erfahren. Im Artikel zu Hartmann von Aue gibt es einen eigenen Unterpunkt zu diesem berühmten Arthus-Roman. Er beginnt mit einer Zusammenstellung der Überlieferung des Textes. So kannst du auf einen Blick erkennen, in wie vielen mittelalterlichen Handschriften der E-Wein überliefert ist. Anschließend werden die Textausgaben des E-Wein vorgestellt. Weil du den Roman wahrscheinlich nicht in einer alten Handschrift lesen wirst, helfen dir diese Angaben dabei, eine Edition zu finden, mit der du arbeiten kannst. Im nächsten Punkt wird die Handlung des E-Wein kurz zusammengefasst. Solche Zusammenfassungen im Verfasserlexikon sind besonders hilfreich, wenn du dir einen kurzen Überblick über einen Text verschaffen möchtest, den du noch nicht gelesen hast. Auf die Zusammenfassung der Handlung folgt eine kurze Besprechung der poetischen Merkmale des Romans. So erfährst du etwa, dass der E-Wein wahrscheinlich ironische Sprache aufweist. Als nächstes gibt es einen kurzen Blick auf die französische Vorlage. Der ist wichtig, um die Entwicklung des E-Weinstoffs zu verstehen. Den Schluss des Artikels bilden intertextuelle und intermediale Verweise. Intertextuell bedeutet, dass der E-Wein natürlich im Kontext anderer Arthus-Romane betrachtet werden muss, weil er sich zum Beispiel ganz direkt auf Hartmanns Erreck-Roman bezieht. Intermedial heißt hier, dass auf zeitgenössische Bilder verwiesen wird. Es sind nämlich aus dem Mittelalter E-Wein-Bilder überliefert, die über die Popularität des Romans Aufschluss geben können. Der Lexikonartikel bietet dir also viele Anregungen dazu, welche Fragen du in deiner Auseinandersetzung mit dem Text weiter verfolgen könntest. Mithilfe des Überblicks aus dem Verfasserlexikon fällt es dir jetzt bestimmt schon sehr viel leichter, ein Referat zu Hartmanns von Auei-Wein vorzubereiten oder eine passende Fragestellung für eine Hausarbeit zu finden. Vergiss dabei nicht, dass du nützliche Literaturhinweise immer am Ende eines Artikels im Verfasserlexikon findest. Und, falls du den Eintrag zitieren möchtest, denke daran, den oder die VerfasserInnen des Artikels namentlich unbedingt zu nennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017